Wir gehen nach Sora, mit unserer schönen gepatzerten Einheit. Ab nach Sora, in ein Gefecht. Ah, so ein Gefecht. Geht natürlich Safe in der MG draufgeschraubt, ist ja wohl klar. Well, schau, wie der Kack aufgeräumt. Los geht's raus. Greasers, Snuggays auf, Enginärer standen bei. Okay, geht's in der Flammenwerfer, auch Safe. Ey, lol, das hat man auch schon mal genau dieselbe. Nur mit anderen Zielen. Also, wirklich exakt dasselbe das letzte Mal von der Karte her. Tja, ist jetzt, äh, nichts verwunderlich, ehrlich gesagt. 50 Kal ist auf! Lass uns ein Geräusch machen! Hm. Dann gehen wir mal ganz kurz hier hoch. Sherman, reporten! Weißt du was, ganz ehrlich, wir leben einfach alle mit zusammen, in den Trupp 1, ist scheißegal. Weißt du was, ganz ehrlich, wir leben einfach alle mit zusammen in den Trupp 1, ist scheißegal. So. Dann schauen wir uns mal ganz kurz an, wie es denn hier so aussieht. Let's get some light on this! Let's get some light on this! Können wir ja schon mal da hinrollen. Oh, noch ein Fahrzeug, das ist mal okay. Okay. Okay, das hätten wir. Dann können wir schon mal ganz kurz ein bisschen vorfahren, weil wir Ingenieurs, die können es ja reparieren. Und zurück, weil ich sehe mich gerade schon so losrollt hier, der Panzer. Was ist da? Okay, irgendwie doch nicht so richtig. Das ist ein Affirmative. Hm. Repetite bitte ein bisschen schneller. So. Okay, wir sind abge... Ah, okay, die Flakke ist so heftig am Schießen gewesen. Das macht Sinn. Kommt er jetzt so ein bisschen näher? Pssst. Au. Nee, noch nicht. Wobei, doch, ich höre an die, glaube ich gerade. Hm. Das war für mich schon mal gute Hits. Gehen wir ganz kurz dahin? Ja, so ist gut, so ist nice. Hey! Mach eine Entscheidung! Enginärer! Gehen Sie! Gehen Sie! Stopp! Oh shit! Okay. German! Back up! Das ist ein German Tank. Destroyed. Mist. Okay, die Flakke ist dann doch ein bisschen heftig gewesen, als ich gedacht habe. Oh-kay. Ihr geht da raus. Ihr geht vor. Wie machen wir es denn am besten? Eigentlich wäre es der coolste, eine Sprengarte draufzuwerfen, oder? Das tut dir, glaube ich, am meisten Schaden anrichten. Wie machen wir das? Okay, 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 das klappt. Nein, nicht da hingehen. Nein. Man kann die auch nicht so hinstellen, wie man möchte, ne? So, das hier ist schwierig umzusetzen, deswegen geht es jetzt dahin. So, während ihr außen rumlauft, warten wir eben ganz kurz, machen wir gleich eine Smoke hin. Dumm, dumm, dumm. Oh mein Gott, die brauchen aber echt lange, ne? So, dann machen wir jetzt hier ganz kurz eine Smoke hin. Und dann kann der nämlich das Ding da draufwerfen. Das wäre, glaube ich, die sicherste Variante. Alles andere ist, glaube ich, zu gefährlich, sonst. Oh, jetzt sind wir ein bisschen mehr erwartet. Oh, er kommt nicht so, so nah. Das ist schön. Sehr schön. Mörser. Gar kein Problem. Scheiße, scheiße. Das sind zwar Fahrzeuge, aber können wir da vielleicht trotzdem hingehen? Sehr schön. Mach mal. Und kurz. Kaputt. Sehr schön. Den auch noch ganz kurz. Wenn das Ding kriegst du noch zu zerstören, den Panzer, ist ja echt fantastisch. So, du gehst. Du kannst sie noch verbrennen. Ich sag's euch, Angriffspioniere sind so heftig einfach. Ach, da ist noch ein Schütze drauf. Das ist das Ding. Okay, krass. So, das ist hier eh nur ein Bunker. Dann geht ihr bitte mal da rein. Den ziehen wir zurück. Die gehen da rüber. Die gute Sheffield-Panzer ist gleich da. Dann kill den mal bitte. Oh shit. Ja, ist noch recht ein bisschen schwierig für dich. Bin ich ehrlich. So, absteigen, Leute. Aber die Granate hin, bitte. Sehr nice. Putz. Auch ihr bitte alle einfach angreifen. Sollte gut funktionieren. Das war's. Sollte gut gehen. Kommt. Vielleicht wird es lieber da hinten langlaufen, als eben das Feuer von dem reinzugehen, ist ein bisschen sinnlos sonst. Ne Herrschaften, auch hier, total sinnlos, was ihr da tut und die wird unterdrückt, ja, selbst schuld, smart, gehen die auf alle vorne lang, so passt, MVPs, Angriffspionierer, safe, konzentriert Feuer, sehr schön, das war eine relativ einfache Stelle, misst ihr oben, tatsächlich. So, und puff, bestimmt bis hierhin, oder? Oh, so geht es noch ein bisschen weiter, krass. Mhm, wieso eigentlich immer nur Partisanenbasen, ich habe da keinen Bock mehr drauf, die Partisanenbasen. Naja, so, okay, das war es auf jeden Fall damit, beim nächsten Mal gehen wir dann auf Suimona, dann bis zum nächsten Mal, ciao. 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 Ciao.